Große Sprünge, tiefe Gefühle und heiße Flirts. Hier hat Amor seinen großen Auftritt. Möchtest du wissen, welche der zwölf Sternzeichen sich über einen besonders heißen Sommer freuen dürfen? Dann haben wir heute genau das Richtige für dich vorbereitet. Wir wagen einen Blick in die Sterne und schauen uns dabei besonders das Liebeshoroskop für Juli und August an. Die beiden heißesten Monate des Jahres punkten üblicherweise nicht nur mit strahlend schönem Wetter, sondern auch mit Urlaubstimmung und Feierlaune. Günstige Voraussetzungen also, um aus sich herauszugehen und sich für die Liebe und das Kennenlernen zu öffnen. Wem der zwölf Sternzeichen das besonders gut gelingen wird, das verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1 Widder Der Sommer lässt bitten Abenteuer, prickelnde Erotik und spannende Begegnungen fordern den Widder diesen Sommer zum Tanz auf. Diese Sternzeichen leidet bekanntlich nicht gerade unter einem Mangel an Leidenschaft, aber dennoch sind Menschen oft schwer zu finden, die den Widder im perfekten Maß zähmen und begeistern. Das typische Temperament, das diesem Sternzeichen immer wieder in die Quere kommt, lässt der Widder beim Flirten nämlich manchmal vermissen. Wer ihn kennenlernt, hat gelegentlich das Gefühl, auf vollkommenes Desinteresse oder ein großes Kinn zu stoßen, das nicht so recht weiß, wohin mit seinen Gefühlen. Doch der Widder kann ganz schön feurig werden, wenn er sich für eine Person oder eine Sache erwärmen kann. Dieser Sommer hat daher so einiges für ihn zu bieten, er müsste nur beherzt über seinen eigenen Schatten springen und sich seine Gefühle nicht länger verschließen. Die kommenden Monate sind erfreulicherweise ideal, um Gleichgesinnte zu treffen. Es könnte die große Liebe ebenso dabei sein wie so mancher einladende Gelegenheit, um sich ein wenig die Hörner abzustoßen. Nummer 2 Krebs Herzenswärme und tiefe Gefühle werden serviert Eiskalt erwischen könnte es die Krebse diesen Sommer, und zwar in absolut jeder romantischen Hinsicht. Diese Sternzeichen kann von großen Gefühlen gar nicht genug bekommen. Nur leider bleibt dieser Wunsch meistens unerfüllt und der emotionale Input eine Einbahnstraße. Wenn der Krebs sich verliebt und eine Beziehung eingeht, muss es eine große Sache mit Zukunftspotenzial sein. Menschen, die ihn nur als Flirt oder heißes Intermezzo betrachten, kann der Krebs einfach nicht verstehen. Er liebt innig und sehr tief und er ist vor allem zeitlebens verliebt in die Liebe. Wenn er sich diesen Sommer auf Partnersucht begibt, dann hegt er also ernste Absichten. Erfreulicherweise sind gar nicht wenige Menschen auf demselben Pilgerpfad unterwegs. Amor und Venus drücken ein Auge zu und schon könnte sich der größte Wunsch der Krebsgeborenen noch vor dem Ende des Sommers erfüllt haben. Eine harmonische Partnerschaft, die von Liebe, Wertschätzung und Achtung geprägt ist. Ausschau halten sollten die Krebse nach einem bindungswilligen Fisch oder einem Steinbock, der es ihretwegen sogar ein wenig langsamer angehen lassen würde. Nummer 3 Waage Inspiration gefällig? Warum nicht zu einem romantischen Abenteuer? Die lieben Waagen stehen der Liebe skeptisch gegenüber. Sie wissen ja leider ganzheitlich nicht immer, was sie wollen. Deshalb verbringen sie den Großteil ihres Gefühlslebens in einem wundervoll unverbindlichen Schwebezustand. Aber das macht auf Dauer natürlich einsam. Die Waage sehnt sich nach einer Partnerin oder einem Partner, der ihr nicht die Flügel stürzen will. Sie möchte weiterhin ihren Tagträumen nachgehen dürfen, in kreativen Sphären umherschweben und sich treiben lassen. Verliebt sich die Waage dann doch einmal, ist sie allerdings zu jeder romantischen Schandtat bereit. Die Sterne versprechen dahingehend großartige Entwicklungen in diesem Sommer. Sogar die große Liebe könnte an die Tür der Waagen klopfen und Einlass finden. Am besten würde ein Zwilling oder ein Wassermann zu der Waage passen. Aber auch ein angeblich schwieriger Skorpion könnte ihr zeigen, dass das Festlegen und das Verbindliche eine schöne Sache sein können. Sehr flexibel und abenteuerlustig ist die Waage nicht gerade. Aber das könnte sich demnächst auf wundersame Weise ändern. Nummer 4 Steinbock Liebe landet endlich auf Platz 1 Wenn es ein Sternzeichen gibt, das mit dem Anspruch auf ein Fleißbildchen und eine Auszeichnung für besonderes Engagement zur Welt gekommen ist, dann sind es die Steinböcke. Sie überlassen nichts in ihrem Leben dem Zufall und was sie passend machen können, wird passend gemacht. Ihr oberstes Ziel erfolgt in allen Lebenslagen. Dabei agieren sie recht fokussiert, verlieren dabei aber den Blick für die schönen Dinge des Lebens komplett aus den Augen. In diesem Sommer könnte sich das ändern. Der Steinbock macht eine Bekanntschaft, die ihn seine Pläne vorübergehend vergessen lässt. Diese Person lässt sein Herz höher schlagen und seine Knie weich werden. Und genau diese atemberaubende Wirkung braucht der Steinbock im zwischenmenschlichen Bereich, um von seinem unbeirrbaren Kurs abzulassen. Natürlich muss seine Eroberung auch mit ihm mithalten können und dieselben Ziele im Leben anpeilen. Aber wenn das Unfassbare demnächst tatsächlich geschieht und der Steinbock nur mehr Augen für die Liebe hat, sollten die Details kein Problem darstellen. Ein Krebs oder ein Löwe könnten die glücklichen Gewinner sein. Unser heutiges Fazit Heiße Liebe oder nur heiße Luft Nicht alle können Venus auf ihre Seite ziehen. Sei nicht enttäuscht, falls du nicht zu den vier Auserwählten des Sommers in Sachen Liebe zählst. Amor und Venus verteilen ihre Gaben grundsätzlich schon sehr gerecht. Vielleicht blüht dir ja im Herbst noch so einiges an roten Rosen und romantischen Begegnungen. Die Sommermonate jedenfalls stehen ganz im Zeichen von Widder, Krebs, Waage und Steinbock. Diese vier können der Liebe in all ihren schönen Formen begegnen. Mal wird es leidenschaftlich und turbulent, dann widerstehen tiefe Gefühle und Romantik vom Feinsten auf dem Programm. Auch die Abenteuerlust kommt nicht zu kurz und die Sehnsucht nach dem Neuen, Unerreichbaren wird gestillt werden. Der Sommer ist seit jeher die Zeit im Jahreskreis, in der wir nicht nur am liebsten nach draußen gehen, sondern auch aus uns heraus. Wir öffnen unser Herz und unsere Wahrnehmung für potenzielle Partner. Und das macht es Amor leicht, einen Treffer zu landen. Wer auf seinen Pfeil noch warten muss, sollte den Sommer trotzdem genießen. Er ist die Jahreszeit der Fülle und der Ernte, die Zeit der Dunkelheit, des Mangels und der Entbehrung kommt wieder früh genug. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald! Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!